Eine Krebsdiagnose ist für alle Menschen ein riesengrosser Schock. Mir hat geholfen, sich nicht aufzugeben, sich nicht ausgeliefert zu fühlen, in der Krankheitszeit mitzugestalten, gute Gespräche zu führen und seine Ressourcen einzusetzen. In meinem Fall war das der Humor. Mein Name ist Thomas Leuenberger, ich bin als Komiker Baldrian unterwegs, ich hatte Leukämie und ich spreche darüber.